Willkommen bei Elentec, eurem Partner für Elektro-, Photovoltaik-, Smart Home und Energie am Gebäude. Wir erstellen, kontrollieren und erneuern eure elektrische Installationen. Mit uns könnt ihr darauf zählen, dass euch der Strom jederzeit und sicher zur Verfügung steht. Baut mit uns zusammen eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher von A bis Z und werden so ein Stück unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Wäre es nicht toll, wenn der Strom auch intelligent verbraucht würde? Wenn der Strom also genau dann verbraucht würde, wenn von der Sonne am meisten produziert wird? Oder möchtet ihr in jedem Zimmer eine andere Musik hören und Energie sparen, in dem, dass eure Storren, die Heizung und das Licht optimal und automatisch geregelt werden? Lasst euch von uns erklären, was mit dem Smart Home alles möglich ist. Wir schauen über einen Tauerrand hinaus und schauen das Haus ans Gesamtsystem an. Wir beraten euch bei Energiethemen rund ums Gebäude, erstellen für euch eine energetische Analyse oder ein technisches Konzept. Mit dem GEAG Plus zeigen wir euch schon in der Planungsphase auf, wie alles im Haus zusammenhandelt. Elentec – Energie, smart, erneuerbar. Wir brauchen den Arbeitsplatz. Daraus werden euch ein bisschen mehr, aber wir brauchen auch die Beobachter. Wir brauchen das ganze Abenteuer und haben noch ein paar Links. Weitere Beobachter oder Gruppe, in dem wir aboneinander. Wir brauchen die ganzen Abenteuer und machen sicheres bis zumžares. Wir brauchen die Beobachter zu überlegen. Wir brauchen ein paar Abenteuerungen, wir brauchen das ganze Abenteuerung. Du geist du auch, was legt. Und wir brauchen das ganze Abenteuerung. Untertitelung des ZDF, 2020